Stolz auf dich? Geil! Oh. Warte. Scheißegal, ich will dich gerade sowas von umarmen. Ey, einfach sagen, du bist die Größte. Ich weiß. Oh, schön. Ja. Das sah aber auch extrem doof aus, das Level. Na, das war aber extrem gut gemeistert. Also, ich bin da ziemlich zufrieden mit dir gerade. Okay, ist gut. Gewöhne dich nicht dran. Okay, wenn ich das links da schaffe, kriegen wir dann diese Stelle da frei, oder nicht? Oder musst du das obere machen, damit wir das frei kriegen? Ich glaube, das ist von dem Schloss, von der Burg. Ist ja was immer das Schloss, ne? Also, da machen wir auch das Schloss. Weil dann würden wir jetzt nämlich wirklich... Ach ja, dieses Schloss. Das kenne ich noch. Weißt du, was das Geheimnis war? Ja, ich glaube schon. Ach ja, hier oben links, glaube ich, ne? Oben links war, glaube ich, da irgendwie... Das war so, du musst erst mal durchlaufen. Gibt's keine Gegner. Mhm. Das ist ein Rätselschloss und du hast eine gewisse Zeitspanne. Das kennt man. Und, ähm, da war links, glaube ich, konntest du was zum Großwerden finden. Und, ähm, dann muss man den Glanz und Scheiß nochmal machen. Weil, weil... Du stirbst. Toll, jetzt wollte ich das Schloss erklären. Das Schloss ist nämlich ein Sau der Abfuck. Da braucht man Ewigkeiten lang, bis man das gerafft hat. Und eigentlich ist es nicht schwer. Außer der Lava gibt es nichts, was sich töten kann. Das größte Problem in diesem Schloss ist die Zeit. Ich habe gerade einfach nur verkackt. Also, okay, aber... Ich könnte jetzt mein P nehmen. Aber... Könntest du? Dann wäre das auf jeden Fall weg. Ja. Nimm's ruhig. Scheißegal. Ich glaube, es ist in dem Raum hier, ne? Mhm. Oben irgendwo. Das ist ein Durchgang. Da. Und das muss man erstmal finden, das Ding. Wenn man das nicht weiß, dann verkackt man. Ja. Das ist richtig mies. Hiermit verweise immer ich auf diverse LPs von Shadow Soul. Oh, verdammt. Na, super. Ich hasse die Dinger. Ich muss das jetzt schaffen. Sonst ist doof. Ja, super. Arschloch, ey. Jetzt kommt nur noch gelaufen. Ja, genial. Okay. Da, 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 da. Aber wenigstens ist das jetzt fertig, ey. Mhm. Die anderen Level brauchen wir nicht mehr. Jetzt müssen wir nur noch das da schaffen. Aber ich glaube, da muss man gar nicht lang, ne? Linkste? Ja, klar. Ich glaube, wir müssen rechts lang, weil wir im Sechster lang, ne? Da links ist auch noch eine Röhre. Ja, aber das muss ja eigentlich einen Sinn haben, wenn da so ein Schloss vor war. Ja, dass wenn wir ein Continue brauchen, dass wir wieder weiterkommen, ohne dass wir die ganze andere Scheiß machen müssen. Ja, dann machen wir die Sechs. Aber, äh, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Ja, okay, das war's schon, ja. Ne, ist immer noch zu leise. Moment. Hallo, na? Hallo, na? Ich brauche die Leben am besten hier. Ich bin eh besser. Okay, ich gucke jetzt, was kommt. Okay. Das schaffst du nicht. Auch wenn ich es mir gerade wünsche. Okay. Nee, es ist komisch. Also, ich weiß nicht. Es ist irgendwie immer anders. Ähm, soll ich das mal da probieren oder die Sechs? Ich mach die Sechs. Okay. Mach die Sechs. Hm. Oh nein, wieder ein Level. Das war leicht. Hä? Uhu. Uhu. Was? Warum mach ich denn so? Das ist total simpel. Das ist total simpel, ey. Simpel. Wie sieht man? Die Scheißpflanzen müssen wir eh gleich noch machen, wenn wir verkackt haben. Also, du darfst sie gleich als erstes machen. Total simpel, ey. Pff. Links durch. Sui, 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 Sui. Oh. Oh, komm, die Niederfläche, ey. Igel, Igel, Igel. Kackding. Ohne, ohne, ohne. Ben. Nee, es geht nicht. Okay. Die hören auch irgendwann auf. Funktionieren. Ja? Ich glaube schon. Aber ich will auch nur okay. Siehren tatsächlich auf. Ja, super. Fang doch nochmal von vorne an. Ja. Was ja gerade so gut lief. Ja. Nee. Ich dachte hier an irgendwann aufzufunktionieren. Ach man, ich... Was mach ich denn da? Ich geh auf die anderen Seite. Okay, super. Für ne Münze. Ja, ich dachte, es ist... Schö. Ja, wäre auch gut gewesen. Schö. Es ist natürlich das Teil da weg. Oh, hey, es klappt ja doch. Hm. Hm. Okay, okay, stopp. Oh Gott, das sieht ja gemein. Okay. Dass da nichts drin sein konnte, war ja klar. Oh. Du. Ja, wenigstens kommen wir jetzt durch. Mhm. Ah ja, fast. Warum? Ja, du musst die Chestnutzen-Leveler probieren. Ah ja, der dritte... Oh. Okay, Leute. Jetzt zeig ich euch mal, wie der Ego das macht. Bin ich mal gespannt. Erstmal geh ich hier rüber. Braucht diese Scheiß hier, äh... Fragezeichen-Scheiß da nicht durchsuchen hier. Ich brauch... Muss nur klein sein, das passt schon. Jetzt weiß ja eh, dass da nichts drin ist. Ja, auch selbst wenn. Hä? Toll. Der andere war viel besser. Der andere war, glaube ich, nötig. Ah, okay. So macht der Ego das also. Aha. Ja, ich dachte, er dreht sich. Deswegen... Super. Das... Du hast mich verwirrt. Frau... Tut mir leid. Ah ja, gut. Okay. Aber wir haben es jetzt erstmal schon so weit geschafft, dass wir hier wieder anfangen können. Jetzt darfst du mal... Das ist ganz gut. Ach, Gott. Oh. Na, toll. Ah. Oh, Gott. Wow. Das ist ein asoziales Dex-Level. Das... Merke ich. Na. Okay, das wird eine richtig lustige Aktion jetzt. Denn wir haben keinen Plan von dem, was wir tun. Und das zeigen wir halt auch richtig schön. Oh, Gott. Meinst du, diese Pflanze schläft ein von der Musik? Ja. Geil. Hier rein. Meinst du, ich komme jetzt so da zu den... Toll. Hm. Meinst du, die Pflanze ist wieder aufgewacht? Ich hoffe nicht. Ich glaube doch. Oh. Schön. Das hat dir jetzt zwar was gebracht. Ach so, ja. Stimmt, ich muss ja andern wollen. Daneben wollte ich landen, du ekelhafter Drecks. Pff. Das ist so abartig. Das ist ein sehr, sehr hartes, aber sehr, sehr kurzes Lele. Was zum... Das war im Prinzip richtig gedacht. Du musst mal abwechselnd landen. Das ist halt... Weißt du, wie gern ich jetzt einfach mal einen Stern hätte? Ja, reicht aber auch nicht wirklich viel aus. Wenn da jetzt entstanden ist, wird er jetzt wieder weg. Oh ey, warum zum verfickten Kackdreckpenis? Naja, Penis gesagt. Am Ende kam Ficken vor. Ernsthaft? Nein, noch nicht. Das ist noch nicht Ende. Cool. Ich würde sagen, wir haben unser Schlusswort gefunden. Alles klar. Warum? Oh, wie böse. Ja. Aber irgendwann wissen wir, wie dieses Level funktioniert und dann machen wir es ganz locker hier. Weil wir es so oft probiert haben, dann... Scheiße. Ich hätte es doch eigentlich spielen können, aber warum? Ja. Boah, was... Ist das ein soziales Schwein? Was? Was, 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 was? Kommt dir da aus dem Arsch gekrochen, Alter. Da wäre mein P jetzt richtig gut. Und es war, mein Timing war so gut gewesen, ne? Und Katze, was ist los? Ach, Kuscheln, ja. Ich bin grad nicht in Kuschellaune. Ich bin grad scheiße drauf, mein Freund, okay? Geh mir nicht auf den Penis. Also... Was? Insgesamt geh mir nicht auf den Penis. Auch nicht jetzt. Also... Das tut weh. Mhm. So. Ja, aber ich hab gewusst, dass es noch spaßig wird, dieses Level zu spielen. Oh Gott. Die haben diesem Level nicht aus Spaß irgendwie so ein komisches Symbol gegeben? Die wussten schon ganz genau, warum sie das tun. Solche Wichser. Das ist so mies. Dieser verfickte Feuerball trifft mich, ja? Das ist so mies. Dieser verfickte... Hallo. Na? Hallo, ne? Ich hab mein Teller kaputt gemacht vorhin schon. Das war keine Absache. Ich weiß auch nicht, wie ich das wirklich getan habe. Aber ich hab's gar nicht gemerkt. Aber ich hab's irgendwie anscheinend geschafft. Was ist nicht in Ordnung mit dir? Super. Was hab ich genutzt? Mein scheiß Musikbox. Die hätte ich gar nicht verbrauchen müssen an den dreckigen Huren. Ich glaub, der ist dann, wenn man einmal geschafft hat, für immer weg. Alles andere wär auch zu assi. So, er schießt nicht mehr. Ja. Wie soll ich denn gleichzeitig den verfickten Feuerbällen ausweichen oder trotzdem noch hochspringen? So wie vorhin einfach, ja klar, aber trotzdem. Ich versuch jetzt mal was. Wird zwar nix Großes, aber... Mal gucken. Du schaffst das. Ich hoffe es. Was soll das denn jetzt heißen? Nein, Quatsch. Oh. Es ist wirklich langsam, wirklich mal Zeit hier für Teamplay hier. Dass wir mal zueinander stehen hier und nochmal ein bisschen... Dass sie zueinander stehen. Ja, ja, zusammenarbeiten. Das, okay. Ich bin zu spät, ich hab mich nämlich noch oben auf die Feuerbälle konzentriert. Weil ich dachte, die treffen mich, wenn ich springe. Ja, ist genau wie mein Penis. Du bist auch mein bester Freund, weil ich jetzt wohl entweder zu mir steht oder an mir hängt. Mhm. So, ähm... Okay, los. Ihr zeigt doch mal hier, wie das geht hier, los. Mein Timing ist unheimlich gut. Etwas knapp, aber dafür umso stylischer, wenn es denn funktioniert. Nö, der andere Ball hatte einfach nur einen anderen Winkel. Ja. Jetzt. So, jetzt lassen wir erst mal ein bisschen Zeit. So. Und jetzt so. Was? Du wirst auf dem richtigen gelandet. Das ist so... Man muss so umschalten, ne? Ja. Weil dieser Wechsel ist so... Hm. Das ist ja so schwer. Und los. Aber mein Versuch hat was gebracht. So, ich irgendwie... So ein bisschen. Du bist weitergekommen, als wir jemals zuvor gekommen sind. Richtig. Einfach immer zwei über den Springen. Ja. Ja, genau. Das ist richtig. Allerdings, wenn ich so beschissen... Das könnte man natürlich auch immer grundsätzlich probieren. Ja, klar. Ja, genau. So. Natürlich. War zu spät. Er ist trotzdem auf den ersten zuerst anwesend. Das lässt sich leichter abschätzen. Rup-de-doodle-lü. Okay. Ähm. Wie, ihr könnt rup-de-doodle-lü nicht. Das kam von einem Let's-Player. Den gibt es jetzt leider nicht mehr. Du bist gemein, ey. Ich weiß. Hä? Rup-de-doodle-lü. Rup-de-doodle-lü. So. Okay. Ihn gibt es wohl noch. Ist eigentlich so ein Arsch. Natürlich gibt es ihn noch. Wenn wir es vergessen werden. Zwei überspringen. Nicht echt. Ein überspringen. Zwei überspringen. Geht aber da nicht. Ist dumm. Also erst auf den... Ja, nur weil du es nicht kannst. Erst auf den zweiten rauf und dann immer zwei überspringen. Weil sonst bist du ungünstig. Was ist jetzt gemein von mir? Hä? Was ist jetzt gemein von mir mit Manu jetzt? Ja, irgendwie wohl. Schon. Aber ich glaube, wenn das nachher hochgeladen wird, dann ist das schon okay, dass man... Ach, fuck. Ich glaube, dann ist es wieder soweit. Dann darf man auch wieder Witze machen, glaube ich. Okay. Ich erzähle das nicht. Kanalsperrungsfox. Nein, okay. Wie bei Ben. So, okay. So. Okay, jetzt lande ich erst auf dem. Dann lande ich auf D. Und dann muss ich auch auf dem landen. Jetzt immer zwei überspringen. Von da aus wäre es günstig. Von dem zweiten da. Von dem dritten aus, meine ich. Von da aus immer auf den zweiten. Wenn man natürlich nicht einfach beim Springen noch in den nächsten...